Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Ja, mit dabei ist noch immer dieses haarige, komische Vieh wie in den letzten Folgen schon. Hi. Ich bin gegen Mindturtle. Kein Problem. Komm, 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 komm! Na! Tschui! Jaaaa! Ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, das zweite Match war ja richtig heftig. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann unbedingt anschaut, ist in der Playlist drinnen. Wollt grad sagen, ey. Wer das verpasst hat, das ist purer Rocket League Spaß. Ja, das war richtig nett. Nein, 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 nein! Oh Gott, das erreiche ich nicht mehr. Ja gut, okay, er kann eh nix. Ich hab noch immer keinen Boost, gell? Wir waren wieder bei dem Thema mit Boost, ne? Oh, 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 oh! Oh, scheiße. Ich bin voll daneben. Sehr schön. Da ist ein Boost. Der hat mir meinen Boost geklaut! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Nein. Ich habe mir den Boost weggeschnappt, dass er keinen hat. Oh, kommst du an gut. Oh, scheiße. Ja, ich hau den mal weg. Er schubst mich ein. Sorry, aber ich bin nicht im Glück gestanden. Ach, alles gut. Oh, scheiße. Oh, nein. Geht nicht rein, geht nicht rein. Aber der Nachschuss. Na, wirklich. Hast dran gewesen. Oh, was machst du, Alter? Ich wollte da drauf. Wie ist der nicht explodiert? Ich bin also mit voller Karacho gegen den. Und der stand quasi. Metz du so? Hm. Mhm. Mitte, 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 Mitte. Ah, nicht dran gekommen. Der war richtig gut eigentlich. Alter. Schön. Boah, aber das war für die Meta-Arbeit. Ich mach immer noch Rettungen und mir vor, Alter. Julian, was magst du? Ich werde weggeschleudert. Ja, warum fährst du bei Sugus drauf? Ich will Action. Ja. Du hast mir jetzt gerade meinen Torschuss vertan. Ja, geil. Nein. Nein. Wie haben die immer Turbo, Mann? Ich hab nie Turbo. Gibt's doch nicht. No. Erstmal keinen Eigentum machen. Ausnahmsweise. Nein. Das war wichtig. Du fährst. Auf gehts. Ja, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Also den hab ich schon dringend gesehen. Ja, ich auch. Ja, 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 erst du? Ja, ja, ja. Oh, kuck mal, ja, ja! Ja, da hängen wir noch eine Kleinigkeit dran, da wir noch 7 Minuten 40 haben, aufgepasst. Ach, ich liebe meine Musik. Also bei mir gibt es gerade im Hintergrund No Copyright House Music, keine Ahnung. Ich habe das Opening von einem Anime, Boku no Hero Akademie. Ich fahr. Jetzt habe ich gar keine Musik, ich dreh einfach. Ich vergesse dich. Oh lol, egal, der andere ist auch vorbeigefahren. Oh nein. Adolf, ich hab mich zufrieden. Bop, nice. Plups, ist gangen und drin war. Du fest. Nö, ich streik jetzt einfach. Okay. Oh lol. Oh lol. Ja, Julian, was war denn das? Ich bin ausgerutscht. Ah. Da lag eine Banane. Ah, ja. Wir spielen aber nicht Mario Cup. Hast du das nicht gesehen? Was? Ach der Arsch. Ach man, der sollte hoch gehen und nicht zur Seite. Was? Hallo. Hallo. Alter, was ist denn jetzt? Ich treffe den Ball nicht richtig. Darum kommt eigentlich jedes Mal irgendwie. Lass mir ja den Boost, du. Oh, der hat beim Boost klaut. Dieser Piss gehabt. Ich schieße in der Mitte. Oder auch nicht. Ist das sein Scheiß-Hur ins Ernst? Ja, ich weiß auch nicht, wo das jetzt jede Runde eigentlich einmal zerstört, ja. Also ich finde das gut. Geh doch rein. Danke, Pat. Bitte, wenn du mich zur Stelle kriegst. Ja, was soll das denn, ey? Ich komme von hinten angerollt. Den ersten habe ich sogar noch ruhig gekriegt, aber der zweite noch nicht mehr. Ja. Es ist nicht wahr, ey. Man schießt ein Tor, zwei Sekunden drauf, kriegt man das Ring-Tor. Wir sagen es wie einfach beide schon vorne sind sofort. Ja. Ja. Ach Mensch. Oh, der geht. Ja, der. Dass der reingeht, alter. Egal, jetzt. Weiter geht's. Und der nächste ist schon wieder da. Ja, komm. Warum fährst du auch raus? Weil ich genau das machen wollte, was er gemacht hat. Ja, aber du weißt ja, dass er macht. Warum fährst du dann auch raus? Ja, war zu spät in dem Moment. Mensch. Ist noch nichts verloren. Ja. boot 1 2 1 1 1 2 1 Ach komm, weißt du, wie er einfach perfekt sein hässliches Auto-Skin-Ding dazwischen drückt. Oh mein. Ich hab kein Turbo. Ach komm. Es ist nicht wahr. Ich komm einfach überall dran. Was? Da kommt er noch dran? Wie? Schon wieder wollte er mich hier explodieren lassen. Jetzt. 10 Sekunden. Einfach voll drauf oder? Ja. Ja. Muss man. Du fährst das Erste. Ja. Mit den Hurenz exportieren Taktikwinner die Arschlich hier immer. Oh, es regt mich auf, Alter. Und das bei einem Wettkampf. Ah, scheiße. Mensch, Mensch. Leute, regt mich das auf. Wenn man immer diese Arschloch-Taktik machen muss. Ja gut, Leute, das war's auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall raus. Wird euch gefallen. Das ist noch ein Schilder und tschüss. Ciao.